Radies Erben, der Löwen-Podcast. Der Spieltagsrückblick. Radies Erben, der Löwen-Podcast. Schön, dass ihr mit dabei seid. Hallo und herzlich willkommen. 60 München verliert gegen die Bubis vom BVB an der Grünwalder Straße am Samstag. Deswegen gab es völlig zu Recht am Sonntag trainingsfrei bei den Löwen. Und heute wird dann gelaufen, Olli. Du bist an der Grünwalder Straße. So schaut's aus, Tobi. Ja, die Mannschaft braucht offenbar ein paar Minuten in Nieserauen, anstatt auf den Fußballplatz zu gehen, wo man sich eigentlich verbessern sollte. Aber natürlich zur Regeneration gehört natürlich auch, dass man erstmal die Beine ein bisschen ausschüttelt, vielleicht auch auf andere Gedanken kommt. Hier im Abschießkampf, der Gott sei Dank gestern eine neue Wendung gefunden hat. Halle bekanntlich mit 0 zu 1 verloren gegen die Spielvereine Unterhaching, die schon gerettet war. Und dann kann man nur sagen, Kühe, Schweine, danke Unterhaching, oder? Ja, absolut. Absolut, definitiv. Aber wie gesagt, ich habe es verfolgt gestern, aber ich konnte mich jetzt nicht irgendwie so reinsteigern, wie andere das getan haben, um ehrlich zu sein. Ja, ich habe es letzte Woche hinlänglich erklärt. Ich kann mich mit dieser Situation einfach nicht anfreunden und ich kann mich da auch nicht reinsteigern, weil das unter der Würde von 60 München ist. Das muss man so deutlich sagen. Und dementsprechend muss ich in der Tabelle irgendwo mal einen Strich ziehen. Wir haben letzte Woche relativ guten Zuspruch bekommen für unsere Zitate, die ich rausgesucht habe. Ich habe wieder welche rausgesucht. Ja, ich finde es gut. Also ich finde es wirklich gut. Wir nehmen dir quasi die Arbeit ab, oder wie kann ich das deuten? Nee, wenn das so Anklang findet, dann lassen wir einfach Löwen einfach mal zu Wort kommen. Teil vom Löwenrudel schreibt, es sagt genug aus, wenn man nur noch darauf hoffen kann, dass die Konkurrenz nicht mehr punktet. Einziger Lichtblick, die Choreo. Diesmal kein Scheich-Lied. Choreo war gut, sondern direkt nach der 60. Minute Anfeuerung und keine politischen Dinge, die da skandiert wurden auf dem Platz, so wie gegen Haching. Ja, man ist abstiegsreif, da fehlt ein Lieder auf dem Feld und von der Bank sieht es auch nicht so gut aus. Alles sehr blass, meint er hoffentlich, kommt es am letzten Spieltag. Nicht zum Showdown, denn den Druck packen wir nicht, hat er geschrieben. Ich bin noch ein bisschen tatsächlich, muss mir die Schweißbällen von der Stirn wischen, es ist echt schwül und heiß und ich war am Werkeln und mir läuft tatsächlich echt noch alles runter hier. Wahnsinn. Ich zitiere den Walter, ich kann zu den Chaotenvereinen nicht mehr viel sagen, bin 68 Jahre, seit 1963 Löwen-Fan, vieles durchgemacht wie viele von euch, aber das, was die letzten Wochen in den letzten Spielen da abgeht, hat nichts, aber gar nichts mit Fußball zu tun. Wir sind seit Monaten im Abstiegskampf, aber wenige wollten das wahrhaben. Ich weiß nicht, was sich alle verantwortlichen Spieler und Trainer dabei denken. Man hat 22.000 Mitglieder, alle 14 Tage ausverkauft das Haus. Nicht ganz, weil wir immer noch ein paar hirnlose Verrückte im Stadion haben. Es gibt kein Aufbäumenspielerisch, das Schlechteste, keine Konditionen, maximal Bayern-Liga. Ich bin wirklich gespannt, wie es heute in 14 Tagen ausschaut. Der Löwen-Weutel. Ja, und das waren zwei interessante Kommentare. Aber das fand ich auch, also man muss dann, Oli, man muss dann auch mal die positiven Dinge wirklich auch mal hervorheben. Das Stadion war positiver als zuletzt, ne? Ja, absolut. Du hast es schon richtig gesagt. Die Choreo war natürlich schon sehr, also war erstligareif, keine Frage. Zum 125. Geburtstag haben die Ultras eben das Stadion geschmückt. Chapeau dafür. Wirklich, es wurden auch keine Hachglieder gesungen. Das fand ich auch positiv. Allerdings die Botschaft dann an Klaus Lutz, der ja, sag ich mal, übers Ziel hinausgeschossen ist. So mehr oder weniger haben sie sich selber mehr oder weniger auf die Brust geklopft und haben gesagt, ja, schau jetzt, also irgendwie war es. Diese Präsentation stammt von den Chaoten und von den Idioten und vom Abschaum. Genau so war es genau, richtig. Ja, ich finde, da muss man immer drauf rumreiten. Klaus Lutz hat sich entschuldigt und da soll es auch gut sein, das Ganze. Ich fand es positiv, dass eben nicht gegen Hasan Ismail gerufen wurde. Vielleicht ist dem einen oder anderen Ultra mal das Licht aufgegangen, was eigentlich mit seiner großen Liebe gerade im Moment passiert. Ich glaube prinzipiell, die Ultrasoftia sollte schon so sein, was passiert mit unserem Fußball bei 60 München. Und leider muss ich euch sagen, Freunde, wir befinden uns auf einem ganz gefährlichen Weg, denn wenn wir heuer nicht absteigen, dann sind wir, glaube ich, nächstes Jahr dran. Weil ich glaube nicht, dass es eine große Verbesserung geben wird. Ich wünsche es mir zwar, aber es spricht eigentlich alles dafür, dass es genau in diese Richtung weitergeht und dass man mit wenig Geld auch viel machen kann. Das hat jetzt zum Beispiel SSV Ulm 46 bewiesen, der ja von der Regionalliga bis jetzt in die zweite Liga durchmarschiert ist. Auch Preußen Münster steht kurz vorm Aufstieg, ebenfalls ein Aufsteiger. Also es ist schon was möglich, aber dazu brauchst du auch die richtigen Leute, die dieses ganze Konstrukt eben mit Leben füllen. Und das sehe ich bei uns aktuell nicht. Also ich fand es tatsächlich bemerkenswert, dass da wirklich einige echt super sauer waren im Internet, was ich gelesen habe. Nochmal, ich war, es tut mir leid, es tut mir echt leid, aber ich kann für Abstiegskampf Dritte Liga keine großen Emotionen entwickeln. Kann ich nicht. Ich lese euch noch ein bisschen was vor. Ist das der neue Biss der Löwen? Wie kann man nur so einen Kurs vorgeben und dann so Fußball spielen? Das ist eigentlich nicht zu erklären. Dem ist schon mal gar nichts hinzuzufügen. Also in so einer sportlichen Situation, so eine Veranstaltung rauszuhauen, Chapeau. Das ist ein richtiges Gespür, muss ich echt sagen. Aller größten Respekt. Jakobacci warnte vor solchen Situationen. Niemand hat ihn ernst genommen. Und der jetzige Trainer, Fragezeichen, dem steht doch die Ratlosigkeit absolut ins Gesicht geschrieben. Ist das die Kontinuität, die Herr Reisinger meint? Ja, nach unten vielleicht. Tut mir leid, dass ich nicht 68 und hat mit dieser Marke nichts zu tun. Peinlich, peinlich. Jetzt singen die Fans erst, wer schlecht Fußball spielt darf und muss ausgepfiffen werden, weil selbst jemand, der nicht Fußball spielt, sieht, dass dort viele keine Lust auf 68 haben. Auch so eine Sache, was keiner hinterfragt. Allein, dass der bessere Torwart auf der Bank sitzt, das ist keine objektive Bewertung eines Trainers. Es ist mir unerklärlich. Man darf schleunig zusehen, zweigleisig zu planen und zwar nach unten. Und im Worst Case sollte dann dort einer auf der Trainerbank sitzen, der diesen Verein auch wirklich versteht, der jetzige Trainer mag, eine Idee für eine Entwicklung haben, aber das ist eindeutig zu wenig für Profifußball. Sorry, das ist meine Meinung, das ist zu wenig. Zuge auf der Kette, keine Körpersprache, nichts, das reicht nicht für Profitum. Aber letztlich ist genau das wieder eingetreten, was viele wollen, Amateurfußball, und zwar vor längerer Zeit. Hier Aachen ist das wirklich alles. Ist das der Dank für 22.000 Mitglieder? Die sollen zahlen und sich so etwas anschauen, eine Frechheit, sondern das Gleiche. Schaut mal Leverkusen, wie man etwas entwickelt. Gut, der Vergleich ist tatsächlich ein bisschen weit hergeholt. Ballbesitzung, Kontrollfußball vom Feinsten, auch in der Offensive, nicht zu viel Taktik, auch zum Teil zusammengestellt mit Non-Name-Spielern. Ja, aber Freunde, da muss ich dann schon auch mal dagegen halten. Also da steckt auch tatsächlich ein bisschen Geld dahinter. Dann beschreibt er noch, ich bekomme einfach nur einen Hutanfall, wenn ich so etwas sehe, ist das deutsche Fußball, nein, schon lange nicht mehr, einheitsbar, ohne Kampf, ohne Eier. Wie lange soll sich der 1860-Fan das noch anschauen? Es muss etwas passieren und zwar bald. Schau dir im Büro an, wie er den Dampf gemacht hat. Solche Charaktere brauchen im Verein und auf dem Trainerplatz. Laptop-Trainer haben wir genug in Deutschland. Wie könnte man bald sagen, Hochmut kommt vor dem Fall, Herr Müller. Schleunig muss etwas passieren, sonst kann man in der vierten wieder von neu anfangen. Und dieses Mal wird das so einfach nicht werden. Irgendwann ist die Geduld beim Fan auch aufgebraucht. Sieht man bald. Und einen ganz kurzen noch, hätte Jannikis gerne eine 8 gegeben, geht leider nicht. Die Mannschaft bekommt eine 6, so steigst du ab. Und das sind die Spieler, die alle bei ihrer Verpflichtung gesagt haben, wie stolz sie sind, für die Löwen spielen zu dürfen und dass sie alles geben würden. Alles Heuchler und ein total verweichlichter Haufen. Wenn es der Trainer schon nicht kann, da muss Verlad durchgreifen. Die nächsten Entlassungen müssen Werner und Jannikis heißen. Ich muss ja auch mal mit den Giesinger-Geschichten ein bisschen aufräumen. Es wird ja schon wieder im Internet oder in den Kommentarspalten mehr oder weniger vorgebaut, dass ja eben Marc Pfeiffer schuld wäre an diesem Abstiegskurs von 60 München oder auch Maurizio Jakobacci. Wir müssen einfach mal festhalten. Maurizio Jakobacci hat damals im Mai gesagt, wenn wir nicht richtig oder wenn wir nicht zeitnah hier eben investieren beziehungsweise jetzt schon aktiv werden auf dem Transfermarkt, dann werden wir ein Problem bekommen. Dann werden wir in den Abstiegskampf geraten. Also Maurizio Jakobacci hat das damals gesagt. Ich glaube, es war im Mai rum. Und nochmal, weil auch immer wieder gesagt wird, ja, also was kann denn der Reisinger dafür? Robert Reisinger hat im Juli auf der Mitgliederversammlung gesagt, wir sind in Gesprächen mit einem namhaften Kandidaten. Um dann drei Monate, glaube ich, abzutauchen, beruflich unterwegs zu sein in Mannheim. Du hast oft gesagt, 60 braucht einen hauptberuflichen Präsidenten. Das glaube ich nicht, aber es braucht einen Präsidenten, der Zeit hat für den Verein. Und das hatte der Präsident de facto nicht. So schaut es aus, Tobi. Und es wird auch schon wieder die Schuld Richtung Hassan Ismail-Seite projiziert. Und das regt mich einfach auf. Prinzipiell ist es so, bei 60 München, und das wissen wir, 50 plus 1 regiert hier die Geschäfte bei 60 München. Und was mich natürlich auch ärgert, auf der einen Seite sagt man, man will die Nummer 2 in Bayern, wenn man auf der anderen Seite sagt, wir wollen jetzt den Jugendkurs fahren. Aber wenn ich dann auf die Bank schaue oder beziehungsweise auf das Spielfeld schaue am vergangenen Samstag beim 1-2 gegen Borussia Dortmund, dann der talentierteste Jugendspieler mit Michi Glück sitzt dann nur auf der Bank. Also da kann sich jeder denken, was er will. Ich sage mal so, wie es geht oder wie es funktionieren kann, das sieht man auch bei der Spielplanung. Das ist natürlich nicht unbedingt ein Vorbild für 60, weil die natürlich eine ganz andere Struktur im Verein haben. Aber man kann nicht einerseits sagen, ja, ich baue jetzt auf die Jugend und dann spielt die Jugend gar nicht. Natürlich spielen Eingewechse wie Marco Hiller, der mittlerweile 27 ist, dann auch Fabian Greilinger und Lucky Reich wird dann eingewechselt, kurz vor Schluss. Aber wenn ich schon sage, ja, ich will jetzt einen neuen Kurs gehen, dann muss ich die Spiele auch spielen lassen. Wir haben Moritz Banker da zum Beispiel, der aus meiner Sicht in der Vorbereitung einer der Besseren oder einer der Aktivposten war, der kommt gar nicht zum Einsatz. Das verstehe ich nicht. Noch dazu, noch dazu. Und da möchte ich nochmal auf diese Zitate eingehen. Also das sind Spieler, die möglicherweise unzufrieden sind, weil sie keinen neuen Vertrag bekommen. Deswegen gibt man vielleicht nicht mehr alles. Stelle ich jetzt einfach mal in den Raum. Und dann hast du junge Spieler, die nächstes Jahr definitiv dabei sein werden und nächstes Jahr auch spielen müssen, weil sonst keiner mehr kommt, weil der Etat ausgeschöpft ist. Dann kann ich doch jetzt schon sagen, okay, gut, hilft ja nichts. Die spielen nächstes Jahr sowieso, dann müssen die jetzt auf den Platz und vermutlich wird ein Banggärter oder ein Kloss oder wie sie alle heißen, vermutlich werden die mehr Leidenschaft reinhauen, als der eine oder andere, der da am Samstag auf dem Platz stand. Tobi, ich habe natürlich einen vergessen. Manso Odo Tagbar hat erstmals seit langer Zeit wieder in der Startelf gestanden, hat auch dann gleich das Tor gemacht. Er war für mich der auffälligste Spieler. Und dann sieht man ja, wenn man die Jungen spielen lässt, dann kommt auch was zurück. Aber Tanna war auf der Tribüne. Bitte? Tanna war auf der Tribüne und der ist Scouts in der Major League Soccer. Ja, aber ich gehe davon aus, dass Manso Odo Tagbar trotzdem den Verein verlassen wird, weil er einfach möglicherweise hier keine Zukunft mehr sieht. Und man hätte als Verein ja auch die Option aktivieren können. Ja, man hat es leider versäumt, weil es gab eine Abmachung im Vertrag. Man muss so und so viele Spiele erreichen. So der und der Spielzeit, das hat der Verein versäumt. So deutlich muss man das sagen, auch weil Maurizio Acobaci natürlich in der Vorrunde nicht auf ihn gebaut hat. Aber trotzdem hätte man ab Januar diese Option noch aktivieren können. Das hat der Verein nicht gemacht. Und dann braucht er sich am Ende auch nicht wundern, dass so ein Spieler dann am Ende ablösefrei geht. Vielleicht gibt es noch eine Kehrtwende. Das weiß man nicht. Ich hoffe es natürlich, weil der junge Prinzip großes Potenzial hat. Aber man braucht sich dann eben nicht wundern, dass junge Talente den Verein ablösefrei verlassen. Und was ich auch noch sagen will, was ich auch noch sagen will, der Verein sagt ja jetzt, ja, wir müssen den Jugendplatz fahren. Aber ist vergessen dabei, dass Hechtzig letztes Jahr den Fördertopf gewonnen hat und in den Jahren zuvor auch immer ganz oben mit dabei war. Also in der Kölner Zeit, glaube ich, hat er in der Kölner Zeit ungefähr 1,5 Millionen Euro eingespielt für den EV. Das darf man jetzt auch nicht vergessen. Olli, nach diesem sportlichen Offenbarungseid vom Wochenende, es war einer. Was anderes fällt mir dazu nicht ein. Hat es jetzt schon geheißen, dass für die letzten beiden Spiele die Trainingsgruppe reduziert werden soll? Hast du da irgendwas schon erfahren? Hast du schon was gesehen jetzt möglicherweise bei denen? Nein, also ich glaube, bei der Laufrunde waren alle vollzählig am Start. Es kommt ja vom Münkner Merkur. Kann schon was dran sein, ja, prinzipiell. Aber ich sage mal, aus meiner Sicht wäre es jetzt Aktionismus, jetzt zwei Wochen vor Saisonende hier die Gruppe zu verkleinern. Das hätte man weitaus vorher machen können. und man hat ja ganz bewusst den Kader mit vier Spielern verstärkt im Winter und hat einen abgegeben mit, nein, zwei abgegeben mit Tarsis Bonga und mit Niki Lang, der ja ausgeliehen wurde an SC Freiburg 2. Und man hat ja trotzdem wieder, andersrum, man hat die Gruppe nochmal aufgemörtelt. Ja, ich sage so, also ich kann mich da immer nur wiederholen, wenn sich 60 punktuell verstärkt hätte, dann hätte es wesentlich mehr gebracht, als es in die Masse zu investieren, zumindest aus meiner Sicht. Weil man muss ja auch sagen, Elio Moteber und auch Simi Güler waren nicht im Kader. Das sagt eigentlich auch viel aus. Absolut. Die Transferpolitik aus dem Winter, also wer die Transferpolitik vom Sommer kritisiert, der soll mal ganz genau auf den Winter schauen. Das sieht es mal, noch eine Nummer härter aus, aus meiner Sicht. Tobi, und jeder hat gewusst, jeder hat gewusst, dass es in der Offensive zwickt, ja, dass du nicht weißt, wie Scholz was zurückkommt. Du hättest einen A-Stürmer verpflichten müssen, der prinzipiell für zehn Tore gut ist, in einer Halbserie, aus meiner Sicht zumindest. Und es hat auch offensiv im zentralen Mittelfeld hat was gefehlt, so ein Achter, der torgefährlich ist. Und das waren die zwei Schwachpunkte. Und da muss ich aber keinen Innenverteidiger holen. Aber das ist meine Meinung, Dr. Christian Werner, er hat da natürlich eine andere Meinung gehabt, aber im Nachhinein zahlt es, glaube ich, schon aus, oder beziehungsweise sieht man es ganz deutlich, wo eben der Schuh drückt bei 60 München. Und ja, jetzt stehen wir Gott sei Dank kurz vor der Rettung. Auch nochmal Dankeschön an die Spielvereine und da hing die wirklich großen Charakter gestern in den Halle gezogen. Und dann den FC Ingolstadt, der dann noch spät ein 1-1 gemacht hat gegen die Waldhöfer. Ja, also fünf Punkte Vorsprung. Ich bin aber jetzt nicht überzeugt, dass 60 diesen einen Punkt in Essen holt. Nein, ich zweifle auch dann natürlich dran, aber man muss trotzdem sagen, wenn Bielefeld nicht verliert gegen Halle, dann ist 60 gerettet und ja, dann kann man da oder muss man über diese Saison den Mantel des Schweigen mal heben sozusagen. Am besten jetzt schon. Am besten jetzt schon, Olli. Ja, natürlich. Ich bin maximal frustriert, was man aus so einer großen Fußballmarke machen kann, wirklich. Also es ist ja nochmal eine Steigerung und es hat mich in den letzten Wochen vieles an 2017 erinnert, wo wir leider nicht das Glück auf unserer Seite hatten. Möglicherweise auch deswegen, weil es kein VOR gab. Damals hat Christian Gütt ja auch das 1-0 gegen Regensburg gemacht im Rückspiel. Es hätte gereicht, aber leider gab es den VOR ja noch nicht. Aber wir hatten es damals auch irgendwie verdient, abzusteigen, obwohl ich heute noch glaube, dass wir jetzt woanders spielen würden, weil die Idee, die dahinter stand, war prinzipiell schon sehr gut. Und jetzt sind wir wieder eben in einer absoluten Abwärtsspirale. Ich sehe auch keine Stagnation, wie das der Präsident Robert Reisinger gesagt hat, sondern wir sind im absoluten Sturzflug. Und ja, wir können wirklich drei Kreuzzeichen machen, dass wir uns in dieser Saison zu 99 Prozent treten werden. Fortsetzung folgt. Das war es von uns. Bis dann. Servus. Ciao.